Hallöchen, Christine von Create a Smile hier. Ich habe euch jetzt schon zwei Videos mitgebracht zum Thema Adventskalender selber machen und heute habe ich eine Idee für euch, an der ihr jahrelang Freude haben könnt. Heute habe ich gedacht, wir machen mal was ganz anderes, nämlich nichts aus Papier, sondern dekorieren mal so kleine Marmeladengläschen. Ich habe mir die gekauft im Internet, die findet man wirklich in allen möglichen Größen und Formen, das heißt, auch wenn ihr gerne größere Süßigkeiten oder größere Geschenke in den Adventskalender packt, könnt ihr auch größere Gläser nehmen. Ich habe hier wirklich so winzig kleine Marmeladengläser, ich glaube, die haben 50 Milliliter oder sowas und die konnte ich mir auch mit verschiedenen Deckelfarben aussuchen. Ich habe mich jetzt hier für goldene Deckel entschieden, weil das so ganz gut in unsere Dekoration passt, die wir hier zu Weihnachten sowieso immer haben. Habe mir die also gekauft und habe, das habe ich schon mal vorbereitet, habe die Gläser dann mit Kreidefarbe eingesprüht. Das ist wie so ein Kreidelack, der ist also matt, das mag ich sehr gern und das ist die Farbe Latte und weil die eben so einen Craft-Ton hat, passt auch das ganz gut. Hinterher habe ich dann gedacht, dass das Gold und das Craft vielleicht nicht genug Kontrast zueinander haben, aber beim fertigen Glas gefällt es mir dann doch ganz gut. Deshalb habe ich gedacht, ich zeige euch einmal, wie ihr die relativ schnell machen könnt. Das Aufwendigste ist wirklich das Besprühen der Gläser und dann eben ungefähr 24 Stunden zu warten, bis die komplett trocken sind. Wobei ich euch verraten kann, dass meine glaube ich schon nach zwei oder drei Stunden draußen an der frischen Luft, ohne Sonne, an einem regnerischen Tag, unterm Terrassendach ganz gut getrocknet sind. Also da konnte ich dann danach schon was mit machen. So, wir starten mal. Und ich benutze heute VersaMagic, weil die geeignet sind, um auf allen möglichen Materialien zu stempeln. Die trocknen, das dauert dann eine ganze Weile, je nach Material, also je nach Grundlage. Auf Papier trocknen sie schneller, weil das Papier eben die Feuchtigkeit absorbieren kann. Auf allen anderen Unterlagen, wie zum Beispiel Glas oder Folie oder eben auch so ein Lack, dauert es deutlich länger. Da könnt ihr mit dem Föhn nachhelfen. Wenn die trocken sind, sind die aber tatsächlich wasser- und wischfest. Da könnt ihr dann also auch mit dem Finger drüber gehen, da passiert nichts mehr. Und das ist eben das, was den Vorteil hier ausmacht. Außer dem Vorteil werde ich euch wahrscheinlich gleich zeigen, wenn ich mich einmal kurz verstempelt. Weil, solange die nämlich noch nicht getrocknet sind, könnt ihr die mit einem feuchten Lappen total easy wieder abwischen. Das heißt, wenn das mit dem Stempeln am Anfang ein bisschen schwierig ist, weil auf einer runden Oberfläche zu stempeln ist immer ein bisschen schwieriger, dann könnt ihr das nochmal abwischen. Ich habe das auch mit VersaFine probiert. Das verfärbt euch den Lack sofort. Und dann könnt ihr nur noch mit Alkohol da dran gehen, der aber natürlich nach und nach dann auch den Lack wieder löst. Und dann müsstet ihr das neu einsprühen. Das ist ja aufwendig. Die VersaMagic machen da echt einen guten Job. Außerdem hatte ich das eben in einem Braunton da und konnte so einen Braun in Braunton machen. Ich habe mich jetzt hier für den soliden Stern aus unserem neuen Set Weihnachtsmix entschieden. Das ist erst gestern in den Shop gekommen. Das ist also brandneu. Und habe mich für den entschieden, weil der zum einen klein genug ist, um eben auf dieser kleinen Fläche, also die meisten Motive, die wir haben, die sind eben auch einfach sehr hoch für so ein kleines Marmeladenglas. Und der ist eben schön klein. Und dadurch, dass der solide stempelt, habe ich dann eben auch ordentlich Kontrast in der Farbe. Also dieses Braun auf Beige oder Braun auf Latte finde ich eben total schön. Und wenn ich nur die Outline hätte, also wenn ich irgendwas stempeln würde, was nur eine Outline hat, dann würde mir das ohne Koloration nicht so gut gefallen. Ich wollte es aber wirklich einfach halten. Ich zeige euch jetzt einmal, wie ich finde, dass es am leichtesten hier drauf zu stempeln und hoffe, dass euch das hilft. Ihr seht auch, dass mein Stempel schon ein bisschen verfärbt ist. Das ist bei den VersaMagic leider bei einigen Farbtönen der Fall. Das schadet dem Stempel aber nicht. Ich färbe den Stempel also wirklich einmal sehr gut ein mit der Farbe. Dann setze ich an einer Kante an und rolle vorsichtig darüber. Das heißt, ich drehe das Glas auch ein bisschen mit und rolle so den Stempel daran entlang. Und so kriege ich einen relativ sauberen Abdruck. Der hier ist jetzt so ein bisschen gewischt. Ich muss also noch ein bisschen vorsichtiger sein. Wichtig ist, dass ich an allen Stellen gleich feste aufdrücke. Und so gehe ich dann eben einmal rundherum. So, damit ist das Stempel schon erledigt. Ich föne das jetzt mal kurz trocken, damit es danach wischfest ist und wir weitermachen können. So, das ist erledigt. Ihr seht, ich habe bei dem anderen Glas dann weiße Punkte gemacht. Die habe ich einfach mit einem weißen Glaze-Stift gemacht. Das ist ja so ein Stift, der beim Auftrag erstmal transparent aussieht. Das heißt, man sieht erstmal gar nicht so viel. Und dann zieht aber die Farbe an. Wenn ich Pünktchen male, mache ich das in der Regel irgendwie in Dreiecksmustern. Na, also ich habe hier jetzt ein Dreieck, da ein Dreieck. Also ich gucke, dass ich immer so drei Punkte mache, die in ungleichmäßigen Abständen zueinander sind. Dadurch sieht hinterher das Gesamtergebnis irgendwie natürlicher aus, weil das dann niemals so hundertprozentig symmetrisch wird. Und symmetrische Muster können eben dafür sorgen, dass es so ein bisschen unnatürlich aussieht. Deshalb kann euch dieser Tipp vielleicht helfen. Und bei dem Glaze ist es halt so, bei dem Glaze-Stift, dass der beim Trocknen dann hochweiß wird. Das seht ihr. Also der deckt wirklich fantastisch. Und wenn der dann eben deckt, dann fühlt man ihn auch so ein bisschen. Also der ist so leicht erhaben. Das ist wie so eine kleine Lackschicht auf dem Untergrund. Und dadurch habt ihr dann noch so einen kleinen 3D-Effekt auf eurem Glas dazu. Also jetzt müssen wir noch den Deckel dekorieren. Dafür habe ich mir mit so einer Stanze hier einfach einen Kreis aus dunkelrotem Cardstock ausgestanzt. Das haben wir zwar nicht im Shop, aber diese Kreisstanzen findet ihr in fast jedem Bastelladen. Meine ist schon echt alt und ich habe mir jetzt eben eine Größe rausgesucht, die hier ganz gut drauf passt. Das klebe ich jetzt einfach noch mit meinem Kleberoller fest. Und jetzt brauchen wir nur noch die Zahl oben drauf. Dafür nehme ich mir diesmal unsere Lemon Numbers. Die sind wunderbar klein und ihr könnt sie mit Schatten oder ohne benutzen. Ich habe sie hier jetzt ohne Schatten benutzt, einfach weil ich so einen ganz klaren Look haben wollte. Aber ihr könntet genauso gut auch einen Schatten darunter setzen, zum Beispiel aus Transparentpapier oder in einer Kontrastfarbe. So, erstmal bereite ich mein Papier vor, indem ich da doppelseitiges Klebeband draufklebe. Der kleine Kali ist noch relativ jung und deshalb sehr, sehr neugierig. So, und das kurbele ich jetzt einmal kurz mit dem Klebeband da durch. So, da haben wir es also. Ich habe mich jetzt entschieden, die 8 zu benutzen und eine 1. Das heißt, wir haben jetzt die Nummer 18 und so könnt ihr euch eben die 24 Zahlen selber zusammenstellen und ich habe das eben mit weiß gemacht, weil ich fand, das ist ein ganz schöner Kontrast, aber da könnt ihr euch natürlich eine Farbe aussuchen, die euch gut gefällt. So Gläschen kann man übrigens super auch mit ein bisschen Baker's Twine oder irgendeinem anderen Faden hier einfach einmal drumherum festknoten und dann zum Beispiel an einer Gelande aufhängen oder im Türrahmen aufhängen oder unterm Fenster aufhängen. Die eignen sich also super zum Hinstellen und Stapeln, aber auch zum Aufhängen. Ich hoffe, die Idee gefällt euch und bin gespannt, ob das was für euch ist. Lasst mir gerne einen Kommentar da, gebt mir Bescheid und ich hoffe, wir sehen uns bald zum nächsten Video wieder.